Das Urteil ist nämlich recht, dass es kraftzielle Einwirkung für ähnlich gelagerte Fälle in anderen EU-Ländern. Schon vor vier Jahren wurde das Verfahren von der EU-Kommission eingeleitet. Vorangegangen war ein Streit über die Abschaffung des Vogelfang. Dieser Streit begann mit dem Beitritt des Landes zur EU im Jahre 2004. Das Kommissar gegen den Vogelfang hat zusammen mit seinem Partner World Life Malta viele entscheidende Fakten zum Vogelfang geliefert. Beide Organisationen haben damit zu einem der größten Erfolge im europäischen Zugvogelschutz der letzten zehn Jahre beigetragen. Viel Vergnügen und Glückwünsche. Hier ist die Chalipin Show, das war die Malta-Incos. Jetzt kommt eine afrikanische Platte aus Nigeria. Bobby Benson und Tiss Combo singen wir über den Taxi Driver. Eine uralte Platte aus Nigeria. Viel Spaß damit. Jetzt kommen sie zu einem Standort. Deborah und Tissü. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 11, 11, 15, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 17, 12, 15. Musik